Es ist ein unglaubliches Stück, das eigentlich gar keine Handlung hat. Und es ist einfach eine Situation. In einem Badehotel kommen aus ganz unterschiedlichen Teilen Europas Menschen zusammen, die eigentlich nach Reims reisen wollen. Und zwar, weil dort die Krönung des neuen Kaisers Karl X. stattfindet. Das wirklich Fulminante an diesem Stück ist, es sind etwa 16 Solisten. Es gibt riesige Ensembles. Es gibt hochvirtuose Situationen, auch Duette und Sextette. Man hat das Gefühl, Rossini saß zu Hause und hat gesagt, jetzt brauche ich wieder ein riesen Ensemble und dann hat er sich einfach eins zusammengebaut. Wir haben gefunden, das klassische Bild von Abschied und von ewiger Veränderung ist der Zirkus. Und insofern haben wir gesagt, wir spielen das so nicht in einem wörtlichen, aber es gibt sehr viele Clowns und wir spielen es so in einem Zirkusambiente. Und da hat der Howard gleich gesagt, ja dann muss ich das ganze, die ganze Partitur bearbeiten, auf eine Zirkuskapelle hin. Und jetzt ist es so, dass die Kapelle auf einer Brücke oben sitzt. Es gibt einen Steg, der durch den ganzen Zuschauerraum hinaus letztendlich in die Freiheit führt. 14 Sänger singen ein Ensemble und das ist einfach grossartig, dieses Steg. Auf das freue ich mich jeden Tag. Ich wollte auch einfach ein Stück machen, wo wir Spass haben. Und wo wir vielleicht hoffentlich die Leute anstecken. Und ich wollte kein weinerliches Stück zum Schluss. So. Untertitelung des ZDF, 2020